Alexa, wer ist Captain Marvel? Captain Marvel ist eine fiktive Figur im Besitz des US-amerikanischen Unterhaltungskonzerns Warner Media. Der Charakter wurde ursprünglich 1939-1940 von den Amerikanern Bill Parker und C. C. Beck als Held einer gleichnamigen Comicserie entwickelt, die bis in die 1950er Jahre vom New Yorker Verlag Fawcett Comics vermarktet wurde. Kennst du den Film Captain Marvel? Okay, wieso kommt jetzt dieser Film? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier eine richtige Antwort ist oder ob die da nur verwirrt ist. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal erklären in den Kommentaren.